Und ja, ganz ehrlich, theoretisch könnte ich... Brauch nicht mal so viele. Ach doch, ich nehm sie alle. Ich helfe ein bisschen nach bei der Nahrungsproduktion mal. Weil die können zwar große Mengen an Nahrung produzieren, sind aber langsamer. Die können schneller Nahrung produzieren, brauchen aber mehr Platz. Wohin? Na los! Ich weiß gerade gar nicht, dass Nächst kostet... Ach, nur 1500. Ja, stimmt. Trotzdem schneller Nahrung kriegen ist keine schlechte Idee. Alle anderen Ressourcen haben wir ja schon mal gut abgedeckt. Das ist sogar, glaube ich, eine der wenigen Maps, wo wir wirklich alle Ressourcen... Na los! Ja doch. Der Rabenpass, da haben wir kein Lenya, weil wir da Trolle haben. Und nicht Orks. Trolle brauchen kein Lenya. Die letzte Map von Order of Dawn. Da könnte man noch alle Ressourcen haben, wenn man zwei verschiedene Fraktionen hat. Das Gebäude ist einsatzbereit. Ja, ja, schon gut. Die Wildschweine haben es eigentlich echt gut bei den Orks, bis sie abgeburzt werden. Das Gebäude ist einsatzbereit. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Ja, schon gut. Was jetzt? So, noch zwei Wildschwein zuckten will ich. Na los! Wo sonst? Weg. Weg, bitte. Ja. Wohin? Schon dabei! Keine Rast! Kriegst du ihn nirgends mehr hingequetscht? Eh. Ah doch. Schon dabei! Vielleicht nicht unbedingt, wie ich wollte, aber sie ist wenigstens in der Nähe. So, und wir haben genug Nahrung für das Upgrade. guy malt. T Baz. So, fünf Havox. Schaden auch nicht. Sketch. Ja! Noor ist mit uns. Wir haben alle Upgrades gemacht, ja. Ich würde sagen, am Schluss noch vier Trommler. Da haben wir zehn Havoks, 20 von denen jeweils, also 20 Veteranik, Romanden und Brander. Haben vier Trommler und zehn Havoks und das sollte reichen. Ich bin eine ordentliche Armee der Dunkelheit. Das ist ein guter Mix aus recht starken Einheiten, die böse sind. Und ja, ich bin echt überrascht, dass es so ruhig ist. Für die Macht Noors. Ja, weiter kann ich euch nicht folgen. Ab hier seid ihr auf euch allein gestellt. Ja. Das ist auch okay soweit. Habe ich mich irgendwo verzählt? Lasst uns kämpfen. Ja, ich habe mich verzählt. Sofort. Sofort. Vorwärts, Krieger. Oh, hier ist ein einzelner Hirsch und ein Reikitz. Das Gebäude ist einsatzbereit. Wow. Das Gebäude ist einsatzbereit. So, meine Armee ist breit. Ich kann hier nochmal speichern am besten. Auf mein Kommando! Schnell! Für die Macht Nors! Die Schlacht ist nahe. Endlich! Silbern glitzert der Tod! Auf mein Kommando! Und los! Folgt mir! Sofort! Für die Ehre! Lassen wir sie nicht warten! Die Schlacht ist nahe! Lassen wir sie nicht warten! Endlich! Endlich! So, fackeln wir erst mal die Türme ab. Vielleicht kriegen wir auch eine der Krypten da und erst mal. Hier sind verdammt viele von den Verpester-Mumien, was ich nicht so toll finde. Norr ist mittelig! Silbern glitzert der Tod! Vorwärtskrieger! Vorwärtskrieger! Ich rieche blöde! Tue wie befohlen! Jawohl! Wo sind die Gegner? Lasst uns kämpflich! Oh, die kann ihnen so auch ihre Krypten einreißen, wenigstens ein Teil davon. Ich rieche blöde! Ich rieche blöde! Tue wie befohlen! Lasst uns kämpflich! Vorwärtskrieger! Vorwärtskrieger! Lassen wir sie nicht warten! Die Schlacht ist nahe! Silbern glitzert der Tod! Vorwärtskrieger! So, mal sehen, ob ich den letzten Turm auch noch kaputt krieg! Lassen wir sie nicht warten! Silbern glitzert der Tod! Gebt vorwärtskrieger! Für den Clan! Vorwärts! Vorwärts! So, dann speichern wir hier mal! Auf mein Kommando! Und los! Folgt mir! Zur Ehre Aonius! Kämpft! Tod und Verzweiflung treiben euch! Achtung! Lasst uns kämpfen! Werdet alle sterben! Brrrr! Brrrr! Zeit zu sterben! Die meinen es ernst! Ein ehrloser Hinterhalt! Hier! Schnell! In Deckung! Mir nach! Der Tod ist nur der Hörmann! So! Die meinen es ernst! Auf meinen Befehl! Sind viele vergiftet worden, so wie das aussieht! Brrrr! Bin schon auf halbem Weg! Die beiden auch! Lauft! Brrrr! Hier! Zu den Waffen! Ich rieche Blut! Bereit! Lasst uns kämpfen! Silbern! Glitzert der Tod! Silbern! Glitzert der Tod! Jawohl! Lasst uns kämpfen! Was liegt an? Wir sind der Tod! Die Schlacht ist nahe! Ich rieche Blut! Gut! Gut! Ich habe einen Havoc verloren! Das ist aber halb so wild! Weil ich wollte eh Brander! Ansonsten habe ich nicht viel verloren! Ich habe zwei Schweine verloren! Das ist verkraftbar! Ja! Mit Brugs Upgrade! Ja! Mit Brugs Upgrade! Er tut ihr Werk! Ich lebe wieder! Gut.. Bereits! Folgt mir!